Ja, Holger ist leider direkt auf den Stein drauf gefahren, jetzt hängen wir hier fest. Das war nur, weil mein Navigator versagt hat. Ich wäre ja gerne nach links da rausgefahren, da wo die schöne Bank ist, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt hängen wir hier schön fest und können wenigstens noch ein bisschen angeln.